Babypuppen Ich mach dir einen dünnen Schal ran. Und Hausschuhe ziehen wir dir auch an. Na also, bist du aufgeregt, Sonnenschein? Hallo, Freunde. Schaut mal, was ich hier habe. Eine neue Babybornpuppe. Und ein neues Kleid haben wir auch. Worauf warten wir noch? Lasst uns die Puppe auspacken. Mal sehen, was alles in der Schachtel ist. Das ist ein Fläschchen. Hier haben wir einen Teller und einen Löffel. Und für mich war ein Armband in der Schachtel. Na, steht mir, oder? Keine Sorge, du bekommst auch eins. Und was haben wir sonst noch? Eine Windel und ein Töpfchen. Und ein Töpfchen. Hä? Warum weinst du denn? Ich glaub, die Kleine hat Hunger. Ich geb' ihr das Fläschchen. Schatz, wein' doch nicht. Schatz, wein' doch nicht. Setzen wir die Kleine aufs Töpfchen. Während du Pipi machst, pack' ich dein Geschenk aus. Ich hab' für Babybons neue Freundin ein schönes Kleid und Schuhe gekauft. Und nun die Schuhe. Das ist ein Haarreif mit einer glänzenden Schleife. Sieht schön aus. Und zum Schluss bekommst du eine kleine Tasche. Die kann man auch am Handgelenk tragen. Vorne ist eine Rose drauf. Und hier kann man den Schnuller reintun. Ich finde, die Kleine sieht wunderschön aus. Jetzt hast du eine neue Freundin. Nun könnt ihr miteinander spielen. Hat dir unser Video gefallen? Dann drück' auf Like! Tschüss! Tschüss!